Jo meine lieben Freunde und herzlichen Willkommen. Jo meine lieben Freunde, herzlich willkommen und herzlich willkommen auch. Heute zeige ich euch den Soga-Helden. Heute haben wir den Soga und da gibt es Posters, Rätsel und... Das wäre es euch heute mal zeigen. Oh, geraten. Oh, da wird sie doll. Ach, jetzt. Ich habe es mit Freunden bekommen. Wir stehen auch von... Thomas, der Batman hat einfach das dann nicht geworben. Und dann muss das nicht. Oh, da hat zwei ein lachendes Gesicht und ein böse Gesicht. So, was ist hier drin? Uh, was ist das? Uh, der hat auch so ein Ding. Und dann... Und dann zwei Bomben. Erstmal Bomben, wir mal den Kopf. Und dann... Und dann... Geht dran, Dudu. Oh, ist das so... Es gibt's auch da Comics zu lesen. Und Pos hat es ja schon gesagt. Und Rätsel. Und hier ist der Soga. Den haben wir hier. Wer hast du da? Ja. Außerdem... Haben wir den Batman von letztens. Das Heft. Und... Und... Wie man weiß, dreiten sie es selber. Und dann? Wir gehen das hin. Und dann? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.